einen schönen guten morgen liebe zuschauer zum heutigen jetzigen jfd live trading tv am morgen des 23 dritten wir haben wochenauftakt und wir wollen mal sehen was denn hier konkret an den märkten geht und interessanterweise kippt der markt vielmehr sehr stark gen süden aktuell wir sehen eine starke abwärtsbewegung die hier ja unlängst noch ihren boden sucht beim dax generell heute hier schauen wir kurz auf die tagesstatistik 49 prozent positive schlusspreise am montag das ist neben dem freitag der einzige tag an dem der dax rein tendenziell rein statistisch zur schwäche neigt auch wenn 49 prozent natürlich hier im nahbereich von 50 prozent ist und insofern kaum eine relevanz zu sehen ist entscheidend hierbei vielmehr der donnerstag und freitag einerseits positiv am donnerstag und freitag negativ wie sie sehen aber schauen wir kurz auf den stunden chart hier vom dax in der 24 stunden jfd indikation sie können sich an den freitag erinnern wir hatten hier den dax im sinne des verfalls gecovert und hier diesen roten pfeil als möglichen widerstandsbereich ausgemacht der dax ist aber ja überraschenderweise weiter angestiegen hat sich hier nicht stoppen lassen und ist hier punktuell an diese abwärts trendlinie herangelaufen das ist nach technischer couleur sage ich mal eine grandiose leistung gewesen und insofern werden wir hier diesen pfeil jetzt mal moment diesen fall hier direkt ein stück weit höher setzen nämlich als bestätigung dieser trendlinie und dieser fahrplan hier diese blau gestrichelte linie als alternative wenn wir hier oben rausgehen ist im prinzip genau das was der dax bis jetzt vollzogen hat insofern und sie sehen auch hier diesen weiteren alternativ plan könnte der dax jetzt hier in kürze wieder nach oben drehen ja der montag natürlich jetzt statistisch leicht schwächer grundsätzlich auch jetzt eben abzuwarten was da heute noch am nachmittag passiert grundsätzlich aktualisieren wir jetzt mal hier die pfeile und übergeordnet bleibt natürlich das bild nach aktueller einschätzung weiter bullisch auch wenn wir hier in innerhalb dieses abwärts trend kanals uns derzeit eben wieder nach unten orientieren und das auch weitere verluste nach sich ziehen könnte ja wir sind jetzt hier am support level 1 des pivot points können wir ein stück weit abbrechen aber 11.850 wäre eine option 11.800 ist eine option um dann hier möglicherweise wieder nach oben zu starten das ist jetzt hier zeitlich gesehen nicht die maßgabe ob das jetzt dann bis morgen passiert übermorgen sondern das wären die tendenzen die auch heute schon ganz klar abgearbeitet werden könnten wenn es zu einem druckaufbau kommt im ausdehnungsfall sehen wir rücksetzer bis in bereich 11.700 dann wären wir wieder an dieser unteren trend kanallinie dieses abwärts trend kanals und hätten auch hier ausgehend vom hochpunkt das 61 fibonacci level erreicht und das wäre natürlich ein niveau insofern zur besseren visualisierung nehmen wir wieder gleich mal die pfeile hier mit die sich sehr schön darstellen um hier praktisch auch signifikante umkehrzonen nochmals hervorzuheben und das wäre eben hier der bereich um 11.700 punkte wenn der dax dorthin fällt ergibt sich unter umständen ein sehr sehr interessantes level um hier sozusagen auf ein buying setup zu spekulieren was dann eben wieder nach oben führen dürfte allerdings obacht je tiefer der dax natürlich zurücksetzt in dieser laufenden konsolidierung desto höher ist natürlich auch das risiko dass sich die gewinnmitnahmen verschärfen wir wissen alle dass der dax seit jahresbegrin an die 24 25 prozent gelaufen ist und der ein oder andere oder dem einen oder anderen wird es sicherlich unter den nägeln jucken auch mal gewinne mitzunehmen insofern könnte es hier auch eine fortsetzung der schwäche geben doch dagegen spricht eben auch hier die bevorstehende saisonalität nehmen wir mal die tagesstatistik raus sie sehen hier der dax rein saisonal gesehen von märz bis in den april hinein höchst bullisch und das setzt sich auch die nächsten wochen rein saisonal bedingt auch so weiter fort das ist eine ganz ganz interessante feststellung die man definitiv mit ins kalkül ziehen sollte wenn man den dax sozusagen covered wir haben saisonalen rückenwind und diese tendenz hier dieser abwärtstrenden kanal struktur auf stundenbasis sieht auf tagesbasis dann schon fast wieder wie ein bullischer keil aus was dann wiederum eine fortsetzung eine bullische auflösung befürworten dürfte befürworten würde dafür machen wir das jetzt mal hier in dieser couleur noch mal nach im stundenschart trifft es sich natürlich genau aber wir sehen hier diese artstruktur einer bullischen flagge und resümee ist eben wenn wir diese nach oben verlassen und das wäre zum beispiel hier signifikant den ausbruch über das hoch vom freitag 12.086 punkte und dann wären wir hier raus gelaufen ausgebrochen aus diesem bullischen ja muster aus diesem bullischen schaden muster und dann könnte sich hier definitiv sie sehen diesen blauen pfeil das ist immer noch das präferierte szenario auch nach der heutigen schwäche könnte sich das set up hier weiter entfalten wir haben hier das niveau 11.700 dann allerdings ein stück weit schon unter dieser aufwärtstrendlinie hier seit anfang februar das heißt 11.700 dieses level sollte eigentlich nur intradetouchiert werden nicht per tageschluss wenn eine kerze unterhalb von 11.700 punkten auftaucht eine schwarze kerze per tageschluss dann wäre das sicherlich ein sehr sehr unschönes szenario aber davon ist aktuell noch nicht auszugehen dax weiter im bullen modus und die heutige schwäche könnte sich als schöne kaufchance für den weiteren wochenverlauf herausstellen allerdings eben auch nur wenn wir hier nicht signifikant unter 11.700 punkte zurückfallen das ist allerdings ein sehr sehr weiter weg und für heute kaum vorstellbar dass wir das machen aber wie gesagt die aktuelle schwäche könnte sich durchaus weiter ausdehnen ganz anders sieht es eben aus wenn wir intraday jetzt doch nach oben raus laufen hier die hochs des neuen tages oder auch der indikation überschreiten hier wäre bereits oberhalb von 12.050 punkten dann hier speziell 12.086 punkten eben der knoten geplatzt und die idee einer abwärtsbewegung einer fortschreibung dieser dann sicherlich vom tisch zu nehmen dann müsste man sich vielmehr direkt auf neue allzeithochs ausstellen doch oder einstellen besser gesagt aber doch diese zeit scheint mir nach aktueller einschätzung noch nicht gekommen in diesem zusammenhang liebe zuschauer wünsche ich ihnen jetzt erstmal noch einen erfolgreichen handelstag wir hören uns später wieder wenn sie mögen bleiben sie wachsam der dax wie gesagt im leichten rückzugs modus und insofern aufpassen was sich denn da noch so darbietet ich wünsche ihnen was auf bald ihr christian kämmerer so so Vielen Dank.